Hallo Welt, da sind wir wieder, hier an unserem improvisierten Lager, ganz in der Nähe von, vom Banditenlager, stehender Strom. Wenn ich mich da nicht täusche, ja, Lager stehender Strom. Da ist wahrscheinlich das Wasser damit gemeint, da unten. Ja, und ich habe überlegt, ob wir jetzt mal eine Nachtjagd machen sollen, denn das Wetter ist ja schon recht hübsch. Aber dann ist mir eingefallen, wir haben die letzte Nacht schon nicht geschlafen und wir werden allmählich wohl etwas müde, deswegen legen wir uns lieber, ja, aufs Ohr hier. Und jagen dann am nächsten Tag noch ein paar kleinere Tiere. Zwölf Stunden sollten reichen, da wird das Feuer wohl auch noch nicht aus sein. Ja, natürlich haben wir Hunger, Durst haben wir auch und wir leben noch, wir haben die Nacht überlebt. Und da haben wir doch extra hier den gebratenen Mammutrüssel für morgens. Okay, ja, wenn wir es denn mögen. Gesättigt sind wir dann also. Na, und ich dachte, wir wären jetzt auch, genau, Durstig sind wir auch nicht mehr. Ich hoffe, wir sind jetzt auch aufgewärmt einigermaßen. Na, kalt ist uns immer noch, seltsamerweise. Naja, so ganz zieht die Kälte, die Wärme zieht da nicht ganz so gut rein. Uns fröstelt es, ja, was soll man machen? Muss ich ans Lagerfeuer hier auf, auf das Lagerfeuer setzen am besten. Denn, liebe Welt da draußen, ich würde ganz gerne noch einige kleine Tierknochen irgendwoher beziehen und... Ach komm, Kälte hin oder her? Was ist das? Hände wärmen an einem schönen, kühlen Stein. Das funktioniert nicht so gut, oder? Ja, was haben wir denn da schönes? Eisenpfeile richten ziemlichen Schaden an, was? Nein. Haben die Ochsen da unten etwa die Chimäre geschafft? Also, bleibt mir weg mit den Schlammkrabben. So richtig rennen können wir nicht mehr, aber ich... Jetzt geht's. Wollen uns immer die Hände wärmen, hier am kalten Wasser. Hier wollen wir doch lieber unseren Wasserschlauch mal auffüllen. Aha, und uns die Hände vielleicht wärmen. Ja gut, das kann ja vielleicht schon mal ein bisschen durcheinander kommen. Ach, hier liegt aber noch ordentlich was. An Banditen und so. 30 Pfund hat der letzte gewogen. Ungefähr. Der wiederum auch, die wiegen also immer sowas um die 30. Aha. Da wissen wir ja Bescheid fürs nächste Mal. Würde sie das mal lassen, unterwegs immer stehen zu bleiben und sich die Hände wärmen zu wollen? Ich weiß, dass es kalt ist. Es ist nur eine Fliege. Hier? mit der Ruhe. Hier fand doch der große Kampf statt. Ochsen gegen Chimere. Immer mehr Ochsen kamen gelaufen. Da drüben sind schon wieder Banditen. Ich schätze mal, dass wir da immer noch keine Schnitte gegen haben. Ja, hier sind aber keine toten Ochsen. Vielleicht haben die Banditen sich die schon geholt. Aha. So sieht's also aus. Vielleicht sollten wir doch noch mal etwas anderes machen. Wir könnten, also wenn wir jetzt durchgehend rennen könnten, dann würde ich gerne die Chimere... Oh, da liegen die toten Ochsen. Die Chimere würde ich gerne zu den Banditen locken oder dran vorbei. Die ist auch dahin ver... Ja, hör doch mal auf damit jetzt. Total verwirrt. Ja, da habe ich mir doch schon gedacht, dass sowas passiert. Renn! Nicht die Hände wärmen jetzt. Oh nein, sie wärmt sich die Hände. Das gibt's doch nicht. Oh nein, oder nein. Nein, 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 nicht doch! Nein, hör doch auf! Warum macht die das denn immer? Da sind Banditen oder sind es kaiserliche oder Jäger? Kaiserliche, glaube ich. Ach, wir müssen erst mal neu starten, glaube ich. Und das läuft ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Denn sonst wird sie immer stehen bleiben und in solchen kniffligen Situationen, wie jetzt gerade eben, da kann so etwas schon mal ins Auge gehen. Na ja, aber man kann ja auch speichern, oder? Zwischendurch mal. Im Übrigen ist mir... Oh, der ist... Jetzt ist er zu nehmen. Der Wilderer. Der Troll hat auch noch was. Ach, den haben wir noch nicht ausgeweidet. Hm. Sehr schön. Da bekommen wir ja schon wieder 17 Fleisch daraus. Gut, das lohnt sich, aber das ist sehr gut. Und durchsuchen wir ihn noch. Einen Granatstein hat er auch noch. Nochmal durchsuchen. Okay, dann entsorgen. Ach, das mit dem Entsorgen ist auch gar nicht so schlecht. Okay. Jetzt könnte sie sich natürlich noch hinstellen und den Troll in kleiner Stückchen hacken. Und die Stückchen dann irgendwo, naja, wegwerfen. Damit sich das dann nachher irgendwelche Tiro holen. Füchse oder Raben oder was weiß ich. Könnt. Ja, Ideen hat man immer sehr, sehr viele. So, jetzt erlösen wir sie aber. Sie muss sowieso ein bisschen was kochen. Ah, jetzt hat sie aber schon länger. Ja, doch. Wenn sie rennt, dann... Das ist ein Gebüsch. Ich dachte, da wäre irgendetwas. Wenn sie rennt, dann stockt sie doch manchmal. So, dann... ...wollen wir das doch mal alles... ...herstellen, was wir gerade noch geholt haben an Essen. Das ganze Trollige Fleisch für unterwegs. Und getrocknetes Fett, Tierfett. Das wird jetzt aber schon leichter, oder? Ein bisschen schon. Wie lange brennt das Feuer noch? Oh. Zwei Stunden. Ach, da hätten wir ein bisschen Holz hacken sollen. Nachlegen können wir jetzt nicht. Ach, dann wird es halt mal ausgehen. Das ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Und was brauchen wir denn noch? Für Knochenstücke können wir auch ein großes Geweih... ...fünf große Geweihe nehmen. Ja, da können wir aber besser was anderes draus bauen. Dann nehmen wir lieber fünf große Tierknochen. Große? Da, mit dem Geweih, da fällt mir was Besseres ein, was wir daraus machen können. Drei Knochenstücke für Knochenmehl. Krallen des Säbelzahntigers. Eigentlich können die weg. Wolfskrallen, Bärenkrallen. Ich weiß gar nicht, wo hatten wir. Die habe ich gerade gar nicht gesehen, dass wir sowas haben. Wie gesagt, die großen Geweihe, die wollen wir für was anderes sonst auch sparen. Ach, die sind vielleicht bei den Zutaten bei uns. Ah. Zutaten. Ja, da sind sie. Da weiß aber keiner was mit anzufangen bis jetzt. Versuchen wir mal folgendes. Äh, Mörser und Stösel. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Auch wenn wir nicht ganz so viel machen. Wir können uns ja ganz kurz mal umziehen. Und zwar den Trankbrauchring haben wir noch. Ach, da sind wieder so viele Sachen, die wir weglegen können. Die Wirksamkeit gebrauter Tränke wird um 22% gesteigert. Ganz genau. Und die Wirksamkeit gebrauter Tränke wird um 20% gesteigert. Jawohl. Und jetzt Mörser und Stösel. Ach so, die Zutaten. Da nehmen wir doch mal ein bisschen Salz. Und kombinieren das Salz zum Beispiel mit dem großen Geweih. Und wir haben einen richtig wertvollen Trank entdeckt. Nämlich verlangsamen. Entdeckte Effekte. Im Salz der letzte unentdeckte Effekt. Nämlich verlangsamen. Und verlangsamen auch das große Geweih. Das Ziel bewegt sich für 99 Sekunden nur noch halb so schnell. Das wäre für uns sogar richtig, richtig, richtig gut. 99 Sekunden, das wäre auch für die Jagd richtig gut. Aber wenn ich mir so den Preis angucke, ist das auch vom Preis her richtig gut zum Verkaufen. Ja, da stellen wir doch noch mal sowas her. Und wir haben immer noch Salz. Aber was passiert mit den Krallen des Säbelzahntigers? Gar nichts. Schade. Und was haben wir sonst noch? Na, das mit dem Auge. Wir werden jetzt hier nicht... Lieber nicht so rum experimentieren damit. Verlangsamen. Das ist ja interessant. Dann sammeln wir die Zutaten lieber. Ja, wir brauchen den Bogen. Ring und auch die Kleidung, die restliche. Okay. Und die Adem der großen Schießkunst. Was hatten wir sonst noch? Ach ja, Knochenamulett des pinken Mondes. Ja, und ordentlich Klamotten, die wir hier in unser Jägerversteck reinpacken können. Ja, für später das. Da freuen wir uns bestimmt, wenn wir das irgendwann mal abholen. Ja, das wird lange dauern, bis wir hier nochmal herkommen, denke ich. Wobei ich doch eines sagen muss. Jetzt sind wir schon einige Tage hier, wenn nicht sogar eine Woche in-game. Und es sind ja immer noch irgendwelche Wesen hier. Hinterm Berg oben waren wir zum Beispiel noch gar nicht. Also ein Lager aufzuschlagen und dann ringsum alles abzugrasen, das lohnt sich irgendwo schon. Jedes Mal gucke ich mir das an. Hat was von so einem Traumfänger, finde ich, so ein bisschen. Also ein Lager aufzuschlagen. Ach, das können wir doch bestimmt auch erstmal hier reinlegen. Je größer, umso größer ist die Freude dann nachher, wenn wir es finden. Aber, umso größer ist auch die Enttäuschung, wenn wir es nicht mehr finden. Wenn es aus irgendeinem Grunde dann weg sein sollte nachher. 50 Pfund sind wir noch zu schwer. Ja, was haben wir denn da gesammelt? 50 Pfund. Zaubertränke? Nein. Schriftrollen? Nein. Essen? Ja. Diese Tees, die wirken, die kosten ja auch so einiges. Ja, Essen, Zutaten. Da müssen wir mal gucken, was diese Krallen hier überhaupt wiegen. Bären klauen. Ach, die wiegen nicht viel. Da kann man ruhig ein paar von mitnehmen. Der Eckzahn wiegt auch nicht so viel. Und Skiverfell, Skiverschwanz. Gekocht sogar. Wie haben wir das dann geschafft? Das wiegt auch nicht so viel. 0,1 Pfund. Und hier haben wir noch Menschenfleisch. 0,3 Pfund Mondzucker. Und so viel Salz. Immer noch so viel Salz. Auch das Säbelzahntigerauge wiegt jetzt nicht so viel. 0,1 Pfund. Joa, sowas kann man ja immer dabei haben. Oh, ein Trollauge. Wie sieht das denn aus? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aha, die Wildschweinhauer. Die wiegen aber was. Dein Wolfsauge. Wiegt aber auch nicht viel. Na gut. Dann denke ich mal, dass wir... Oh, wo haben wir die Eisenbarren her? Irgendjemand hatte einen Eisenbarren dabei scheinbar. Dann denke ich aber mal, dass wir hier noch einige Fälle finden werden. Vom Troll. Ja, diese Knochenstücke, die sind ja schon... Die haben ja Gewicht. Die sind ein wenig schwer, ja. Warum haben wir eigentlich nur noch eine Versteckmarkierung? Wie schwer sind wir jetzt? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Ach, das geht. Ja, 295. So schwer waren wir, bevor wir aufgebrochen sind. Also, eine, so eine Versteckverzierung, die sollte hier noch rumliegen, irgendwo. Wahrscheinlich genau an diesen Bäumen hier. Da finden wir sie wahrscheinlich nie. Sie ist, glaube ich, runtergekullert hier. Da! Versteckmarkierung. Wie schön. Dann haben wir schon zwei. Ja, da müssen wir mal ausprobieren. Und untenrum, also hier in der Gegend, haben wir jetzt alles so weit abgegrast. Ich bin fast ein bisschen dafür, dass wir mal in die weltliche Gegend mehr so gehen. Können wir dann rennen wieder? Nein, können wir nicht. Aber da mussten wir erst neu starten. Dass wir da dann eben auch nochmal ein Lager aufbauen. Wir haben hier aber auch genau an der Schneegrenze geparkt. Da hätten wir doch da ein paar Meter weiter unten, bei den Bäumchen hier, da hätten wir doch auch schön Bäume gehabt und so. Warum haben wir das ausgerechnet hier gemacht? Na, das möchte ich jetzt aber auch nicht unten nochmal runterschleppen. Ja, ein bisschen bin ich ja auch dafür, dass wir Folgendes machen. Einen uralten Plan aufnehmen. Einen uralten. Ja, das ist schon sehr lange her. Und zum Geistermeer reiten. Das würde dann bedeuten, wir holen Tiel ab. Auf zur Helljahrenfarm. Holen ein Pferd. Und reiten Richtung Dämmerstern vielleicht. Nicht unbedingt Dämmerstern. Halle der Wachsamkeit. Mit Sincha Left. Ja, daran vorbei. Irgendwie müssten wir hier also landen am Wasser. Dämmerstern wäre wahrscheinlich noch die sicherste Variante irgendwo. Und so weit sieht das jetzt eigentlich nicht aus. Aber es wird kalt. Es wird richtig kalt. Auch auf dem Pferd. Wo sind wir jetzt? Das ist so weit entfernt. Ja, da müssten wir wenigstens hier, müssten wir ein Lager aufschlagen. An der Festung Dunstadt. Wenn wir da nicht reinkommen, wenn das nichts ist. Mhm. Also, steht der Plan. Ja, scheint so, oder? Hier lassen wir alles, so wie es ist. Das Feuer lassen wir brennen. Wie sieht es denn aus mit unseren Fähigkeiten? Keinen Talent zu vergeben. Okay. Ach, wird das schon wieder dunkel? Ich sehe die Sonne gar nicht. Den Mond sehe ich da schon. Ja, und... Keinen Talent zu vergeben, leider. Ausschalten. Hm. Pferd holen und bloß. Ja gut, mit dem Pferd wird es so ein bisschen schwierig, jetzt mit dem Lager abzuschätzen, wo wir da ein Lager hinbauen müssen. Ah, das schaffen wir schon. Ich tippe mal drauf, dass wir das hinbekommen. Ja, Thiel können wir abholen. Die andere Dame wird wohl weg sein, die Missionarin. Das finde ich dann schon ein bisschen schade. Aber nur ein bisschen. Wir haben unterwegs nämlich noch viele Missionarinnen getroffen. Habe ich Missionarinnen? Söldnerinnen, wollte ich sagen. Viele Söldnerinnen haben wir getroffen. Ja, hier ist doch alles abgegrast. Das dauert wahrscheinlich, bis da nochmal Tiere wieder auftauchen. Und dann werden wir wahrscheinlich auch keine Lust haben, nochmal dort einzuziehen und länger uns dort aufzuhalten, oder? Ist das da unten Blut alles? Nun, das sieht beinahe so aus wie Blut. Also wenn das ein Hirsch ist, oder? Nein, das ist einfach nur... Das ist ein Gestrüpp. Ja, es ist ein Busch oder so etwas. Eine rote Blume können wir hier mitnehmen. Das ist doch was. Und eine blaue. Und was ist das für ein gefährliches Loch hier? Da sollte man mal irgendwelche Bretter drüberlegen, oder so. Da können die Leute ja reinfallen. Das ist ja fies. Also, könnte ich Fackeln hier aufstellen? Hätte ich da schon welche aufgestellt. So als Warnung. Haha, das ist fies. Ist mir noch nie passiert, dass ich da reingefallen bin. Aber ich weiß, wie man da von unten rankommt. Und ich glaube, dass da sogar eine relativ gute Beute ist, zu holen ist. Ist das ein Bär, der hier liegt? Das weiß man nicht. Das war vielleicht mal irgendwann irgendwas. Aber... Ochsen sind friedlich. Ochsen, friedlich Ochsen. Na gut. Och, was liegt da unten rum? Was, 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 was? Ein Mammut, ein Todes. Und zwar nicht nur eines. Ich glaube, sind das Freunde oder Feinde? Das scheinen mir Jäger zu sein. Freunde also, vielleicht. Hey, 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 hey. Ehrlich? So seid ihr drauf. Ihr habt hier die ganzen Riesen abgemurkst. Kann das sein? Ja, wir kommen mal runter zu euch und gucken, ob ihr Banditen seid oder ob ihr... ...ob ihr Freunde seid und ob wir hier was aus dem Mammut mitnehmen können. Uh, ja, okay. Jetzt, ja, solange wir das machen können, sind ja keine Feinde in der Nähe. Aufheben! Das Mammut! Tatsächlich. Und das da sollen keine Feinde sein? Mammut, Mammut, Mammut. Wie viel wiegt ein Mammut? Mammut-Kadaver. Mammut-Kadaver. Dachte ich mir schon. 12.000. Wert! 10.000! Hm, ja, sowas sollten wir uns mal in die Hütte legen irgendwie. Och, bei 10.000 für 10.000. Können wir eigentlich da mal rüberlatschen und das mitnehmen. Wann findet man das sonst nochmal? Was ist das denn hier? Ein Riesenskelett. Ein Skelett-Riese, tatsächlich. Pulverisierter Mammut-Stoßzahn hat er dabei gehabt. Und das andere Mammut, das holen wir uns aber nicht. Das werden wir so hier an Ort und Stelle ausweiden. Wir wissen immer noch nicht, ob das Freunde oder Feinde sind. Aber wie sie aussehen jetzt aus der Nähe, sind es doch eher Banditen als Jäger. Au! Du! Halt! Wir haben nur Zauber! Ey! Lass das! Woher weißt du, dass wir dich schießen wollen? Spinnt doch! Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, so ein Skewer. Hm. Aufheben können wir ihn natürlich nicht mehr, aber ausnehmen. Oh nein, dann vergeht doch so viel Zeit. Ja, wir müssen die Waffe erstmal runternehmen, aber dafür wollen wir uns erstmal heilen. Ach, die beiden wissen immer noch nicht. Wir sind nicht nah genug, was? Ja, da seid ihr euch jetzt gar nicht so sicher. Wie kommt das? Da kommt so eine kleine schmächtige Frau und schleppt so das große, mächtige Mammut weg. Wie kommt denn das? Häuten wir das auch noch? Hoffentlich wird uns gleich nicht kalt. Und nehmen wir die Zutaten auch noch raus. Wir haben weder Hunger, noch wird uns kalt. Ja, wir haben uns da für den ersten Testlauf die total falsche Gegend ausgesucht, da oben mit der Kälte. Das war ja doppelt so anstrengend da. Ach, das geht jetzt auch schon schneller mit dem Ausweiden und so. Und entsorgen. Wir sind blutverschmiert. Nur nicht mehr, das geht schon. Ja, ich dachte mir doch, dass wir hier noch Lavendel mitnehmen dann. Wehe, da kommt noch so ein Skewer. Also meistens sind die ja auch nicht alleine unbedingt. Ah, das wird jetzt etwas mühselig ohne Pferd. Sollen wir die Sachen einfach abschmeißen? Was, das Mammut? Auf gar keinen Fall. Das finden wir, wir finden im Leben nie wieder ein Mammut. Das muss man ja auch mal so sehen. Oh, da unten reitet ein Pferd. Ach, das ist das Pferd von Cicero. Und das ist das Feld von unserem Nachbarn. Loraius, glaube ich, heißt der. Und der soll endlich Cicero's Wagen reparieren. Der wird das nie schaffen, glaube ich. Und da drüben ist schon unser Wachtturm. Von der Helljachenfarm. Hoffentlich erfrieren wir nicht bis dorthin. Wir schleppen die ganze Zeit einen Mammut mit uns rum. Ich finde das ein wenig seltsam, aber auch interessant. Und ja, bei dem Preis hätte ich sowas ganz gerne am Haus liegen mal. Ob das liegen bleibt? Ob das wirklich liegen bleibt? Irgendwann wird es einfach verschwunden sein. Irgendwer wird sich das krallen, glaube ich. So ein Mammut sieht man da nicht so lange rumliegen, glaube ich. Da, bei euch kommt auch kein Stroh mehr drauf hier, was? Weizen meine ich. Was ist das Weiße da? Ach, ihr habt Wildschweine gezüchtet. Warum haben wir das nicht? Ach, wir haben schon genug. Wir haben bald eine Brauerei. Lange dauert es nicht mehr. Wer weiß, vielleicht ist das Mammut ja jedes Mal wieder von vorne da. Also, wenn wir da vorbeikommen, respawnt das vielleicht. Dann können wir jedes Mal so ein 10.000 Goldstücke wertvolles Mammut uns krallen. Ja, mit dem Pferd wäre das kein Problem, sich das zu holen. Ja, das machen wir jetzt aber erstmal nicht. Und vielleicht, was wir noch machen, ganz, ganz wichtig, wir werden noch skillen. Denn wir haben, glaube ich, wenigstens einen Skillpunkt haben wir zu vergeben. Und in den letzten Folgen war es doch unser Anliegen, dass wir die Redekunst verbessern. Damit wir in Zukunft bei allen Händlern alles verkaufen können. Und das wollen wir gleich mal tun. Ja, die Redekunst verbessern, um zum Beispiel besser überreden, überzeugen zu können, das wäre natürlich auch etwas Schönes. Da müssen wir mal schauen, wie viele Punkte wir gleich vergeben können. Aber ich glaube, es wird wohl nur der eine sein. Seit wann haben wir eigentlich Hühner hier? Da stimmt doch was nicht. Das Pferd ist gut. Ach so, ja, das Pferd ist gut. Irgendwie haben wir Hühner. Oh Mann, wenn wir hier ein Mammutkadaver hinlegen, das stinkt dann aber ganz schön, was? Dann legen wir es hinters Haus. Ja, aber dann stinkt es hinterm Haus. Und das ist ja auch nicht so gut. Hm, wollen wir das hier auf der Farm? Will ich das eigentlich jetzt doch nicht mehr haben. Wenn das so müffelt vielleicht. Am Eingang da vorne, der Mammutjäger. Hm, das könnte Riesen irgendwie... Riesen könnten das falsch verstehen. Ne, hinter das Haus ist schon gut. Und zwar hier hinter die Brauerei. Ah, das wird schon nicht stehen können. Da wird schon alles mit in Ordnung sein. Hinter die Mühle. Ja. Das ist ja total kalt. Das ist tiefgekühlt. Das ist wie, wenn man das auftaucht, dann ist das wie neu. Wahrscheinlich atmet es sogar noch ein bisschen. Oder das Herz schlägt noch. Ja, hier schmeißen wir es jetzt hin. Genial. Da haben wir ein Mammut hinter der Mühle. Wo haben wir es fallen lassen? Peng. Na gut, das hatte ich mir jetzt auch anders vorgestellt. Ein bisschen. Hey, aber wenn das so steht. Wenn das so steht, ja. So tiefgekühlt. Nein, 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 nein. Abbrechen. Naja, okay. Es fällt doch. Ein wenig fällt es. Aber so können wir das nicht tragen, oder? Das bleibt jetzt so da liegen. Das finde ich nicht schlecht. Na ja, gut. Wenn es stehen bleiben würde, dann würde ich mir das doch hier irgendwo auf dem Hof hinstellen. Tiefgekühlt. Egal. Dann schauen wir jetzt nochmal ganz schnell zum Schluss der Folge nach den Skillpunkten, die wir vergeben können. Ich habe keinen Schimmer, wer hier die Hühner auf einmal angebracht hat. Ich finde es sehr gut. Ich finde es sehr gut. Aha. Wir bekommen hier sogar Hühnereier raus. Da brauchen wir gar nicht hier an die Neste zu gehen. Das passiert so sogar schon. Und wir können hier rüber springen, oder? Eja, da brauchen wir nicht immer durch die Tür. Und was ist das hier? Ach so. Eine Kiste. Skillen. Oh, Momento. Oh, Momento. Was wollen wir jetzt machen? Gesundheit nehmen, Magica nehmen oder Ausdauer? Nehmen wir mal ein bisschen Gesundheit, oder? Schaden kann es nicht. Ja, was nehmen wir denn dann jetzt? Redekunst, bevor wir es vergessen. Ja, richtig. Händler, du kannst jeden beliebigen Gegenstand an jeden Händler verkaufen. Wow, endlich. Endlich haben wir es geschafft. Das finde ich gut. Jetzt werden wir auch unsere Zaubertränke richtig los. Und die Pflanzen sind hier alle gewachsen. Dann ernten wir auch nochmal schnell. Und gucken nochmal, wie die Milchproduktion so läuft. Und da wir jetzt um den Tee wissen, sollten wir auch ein paar Violette anpflanzen. Rote, 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 rote erstmal. Hier kommen die Violetten, ja. Die roten, die, ja, die. Ach so, eine nur. Aber natürlich nur eine. Und wo können wir die Violettenbergblumen noch anpflanzen hier in der Nähe? Hier haben wir die blauen, da die roten. Einen guten Tag wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Einen guten Tag auch. Und ihr übrigens auch. Wie nett. Und ja, genau, Schneebeeren. Oh, die werden wir noch brauchen. Wenn wir danach ins Wasser springen müssen. Und Wacholderbeeren. Und Wacholderbeeren. Sehr schön. Mhm. Der Weizen ist auch schon reif. Ach was. Und hier vorne kann sogar noch welche angepflanzt werden. Ja, warum eigentlich nicht? Weizen werden wir, glaube ich, sehr viel brauchen. Ja, schön. So viel Platz hier. Und wir haben sowieso wieder irgendwas nicht bedacht dabei. Ja, aber das kann man ja immer noch umpflanzen nachher. Das ist ja jetzt nicht so das Ding. Ha! Wir haben sogar mal drei Teile Glockenblume rausbekommen. Durch diese Jäger-Mod. Ja, finde ich ganz gut. Für uns Giftmischer und Alchemisten ist das doch wunderbar. Hier, denke ich mal, könnte man ein bisschen was essen. Also Kartoffeln, Kohl oder sowas anpflanzen. Wobei Kohl, glaube ich, funktioniert gar nicht. Ihr braucht etwas? Hier vielleicht auch. Ich weiß gar nicht, ob wir Mais anpflanzen können. Wir können ja nicht nur Blumen anpflanzen. Wir müssen ja irgendwas zu essen wenigstens anpflanzen. Was haben wir denn zu essen? Düsteln? Ich weiß nicht. Da habe ich noch nicht probiert, wie die schmecken. Viel haben wir da nicht. Ja, da müssten wir Kartoffeln finden irgendwo. Und dann Kartoffeln mal anpflanzen. Und hier noch so ein paar Worte. Nein, violette Bergblumen. Violette Bergblumen. Schwupp, rein damit. Okay. 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 Ja, das ist auch ganz gut. Wenn da zwischendurch mal so ein paar Bergblumen sind, die locken die Schmetterlinge an. Und die können dann die anderen Sachen bestäuben, denke ich mir. Ja, außer Kartoffeln können wir gar nicht viel anpflanzen. Mais oder sowas gibt es hier gar nicht. Was wollt ihr, kleiner Elf? Ich wohne hier eigentlich, aber ist auch nicht schlimm. Wenn dir das nicht so ganz bewusst ist, dann macht das nichts. Ja, aufgeskillt haben wir. Und wir schauen noch mal nach dem Verdienst hier. Wie es damit so aussieht. Ach, Tiel, genau. Sie dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, 250 haben wir durch die Wachen erhalten. Und die regelmäßigen Einnahmen. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. 1050. Und das lassen wir einfach da unten drin. Ja, ja. Das läuft ja jetzt weiter. Bald bekommen wir noch eine Brauerei. Dann läuft es noch mal besser. Ach, das wird wunderbar. Wunderbar. Na, hier unten wollen wir lieber nichts, außer das Geld lassen. Rohr, das können wir noch immer noch. Also steht es fest, dass wir in den nächsten Folgen einen weiteren Anlauf nehmen und versuchen, zum Roten, zum Geistermeer zu kommen. Nicht zum Roten Meer. Wie komme ich auf das Rote Meer? Das Tote Meer? Das Geistermeer? So. Ja, kleine Tierknochen. Jetzt haben wir auf einmal sieben Stück. Ach, von dem Skiver. Da findet man kleine Tierknochen. Moment mal. Schamuck. Ach, jetzt fehlen die Lederstreifen. Na gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Da können wir also zwei Amulets wieder herstellen. Ja, dann darf ich mich doch bedanken schon. Und zwar an dieser Stelle. Gut gewärmt. Am Lagerfeuer. Zusammen mit Jell. Hallo, pass doch auf. Tut mir leid. Was ist nur das denn? Ich denke, du willst mit aufs Bild. Hallo. Hallo. Ja, Daumen hoch. Was ist nur das denn? Nein, vielen Dank fürs Zusehen, heißt das. Ich war jetzt etwas verwirrt. Vielen Dank fürs Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020